Ah, der ist schon Passiv-Modus. Kommt da ein Flugzeug? Ja, da kommt viel. So, ich hoffe die Polizei findet mich hier nicht. So, ich bin jetzt auf dem Dach von irgendeinem. So, Helikopter ist ja unten. Sieht gut aus. Und niemand weiß wer es war. Also niemand weiß wer es war. Die ganze Zeit über in der ich GTA Online gezockt habe, war noch nie so viel auf einmal am Flughafen los. So. War jetzt ein Eingreif-Trupp. Hahaha. Hahaha. Stierf! Hahaha. Hm. Ach, da bist du. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Lande. Hol dir was Flugbares. Ich bin noch über dir. So. Ja, da komme ich nicht drauf. Moment. Ah, ich habe keine Munition mehr für den. Scheiße. Oder doch? Irgendwie habe ich noch Munition, aber geht nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Hubschrauber hier oben. Hahahaha. Ich schieße euch alle raus. Ah, der ist schon Passiv-Modus. Kommt da ein Flugzeug? Ja, da kommt viel. Nein, nein. Da. Ist das die Polizei? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da unten sind so viel los. Nein. Fliegen wir mal weg oder was hast du vor? Äh. Ups. Aua. Entschuldige. Zu Absicht. Ne. Los. Ey, wie sieht die mal automatisch an irgendwie? Oh. Oh. Wir haben vier Sterne übrigens, ne? Na Gott. Ich habe gerade die Seile links runter kommen sehen. Hahaha. Ich habe einen runter geschossen. Überwachungskamera. Uh, cool. Was kann ich mit dir machen? Nichts, ne? Ne. Fliege einfach. Äh, ich markiere kurz. Wir werden unterwegs sterben. Das ist dir bewusst, oder? Ja. Hahaha. Ah. Äh, wie gehe ich nochmal kurz ins Menü? Ah, ich habe schon. Karte. Oder weißt du eh, wo's hingeht? Äh, wir wollen zum Militärflughafen. Der ist, glaube ich. Ja. Dann weiß ich, wo ich den muss. Ja, der müsste es sein. Der ist aber auch ein anderer Spieler, ne? Ja. Hahaha. Jetzt. Jetzt flieg! Flieg! Wieder mit. Alter. Hauptsache wir spielen GTA und es passiert schon so ne Scheiße. Wir entkommen gerade den vier Sternen. Ohne Scheiß. Wir sind drauf und dran. Ja, jetzt stürzt nicht ab. Ja, ich versuch, ich versuch nur den... Ich brauch die RP. Ich versuch nur den... Du fliegst genau in einen anderen Helikopter jetzt gleich rein, ne? Ja, das versuch ich zu vermeiden. Alter, das war... Das... Das war knapp. Das war knapp. Was fliegst denn du eigentlich für den Scheiß zusammen? Ja, ich... Versuch den Kegeln auszuweichen. Geh weg! Ja, aber das sind Autos, oder? Ja. Rechts... Äh, links ist ein... Ein Helikopter. Rechts auch! Hui! Jawoll! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Ah ja, geil! Okay. Ich muss mir die Aufnahme nochmal anschauen. Ich glaube, ich hab circa... Drei Autos... Drei Autos von Spielern... Umgeschossen. Das wird teuer. Da ist der Hubsch... Äh... Flughafen. Ah, wie geil. Äh... Erklär kurz, was ich machen soll. Rausspringen? Kannst du überhaupt... Ich hab keinen Fallschirm, ne? Das ist natürlich doof. Warte mal, ich land... Ich land das Ding, dann fliegst du, dann spring ich raus. Naja, geht ja nicht automatisch rüber, oder? Ja, du kannst aber fliegen. Ja, nicht, wenn du rausspringst. Du sitzt am Flugding. Ja, das... Kann ich jetzt kurz. Ah, okay. Und was soll ich tun? Ja, äh... Dranfliegen und mich... ...seitlich rausspringen lassen. Und dich seitlich rausspringen lassen. Kauf dir einen Fallschirm. Ja, kann ich noch nicht. Mir fällt das Level. Wir müssen. YOLO! Ah! So. Hände hoch! Nein. Los, steig ein. Ich schenk dir meinen Hubschrauber. Ich hab keine Verfolgungsraketen mehr. Ich hab keine Verfolgungsraketen mehr. Muss ich wieder drauf, das heißt, lass mich nicht vergessen. Was? Flieg einfach noch ziemlich hoch und, äh... ... am Rand vom Flughafen, so dass du keine Sterne bekommst. Wo stehen die Dinger? Äh... In der Mitte... ... vom... ... äh... ... vom Rollfeld, da sind so... ... äh... ... kleine Vierecke. Ja, ich glaub, ich seh sie. Ja, ich glaub, ich seh sie. Das sind hoch, die spawnen halt so... ... irgendwann. Achtung, nicht weiter. Einfach nach oben jetzt. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Wie weit noch? Einfach mal ein bisschen hoch. Okay. Also. Ich mach dann ab, gell? War schön mit dir. Auf Wiederschön. Ich hab dich zersäbelt. Nee. Doch, ich hab dich zersäbelt mit meinen... ... Dingspunkt. Nein! Doch, das hast schon gespawnt. Das hast schon gespawnt. Oh, ich bin tot. Ich... Ich bin... Ich bin am Zaun hängen geblieben. Ich bin auch nicht da. Ich bin auch nicht da. Das war blöd. Da ist ein Jet, da ist ein Jet, da ist ein Jet, da ist ein Jet. Lauf hin. Da ist ein Jet. Hol ihn dir. Ich hab ihn. Der schießt auf mich. Jetzt bist du tot. Oder? Ja. Nein! Ich war so knapp. Ich hätte ihn nur schießen sollen. Scheiße. Schade. So. Ich bau jetzt ein Auto. Nochmal? Oder rennen? Ich könnte noch einen Rennen machen. Schau. 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 Ja, wir könnten so auch glaube ich rüberspringen, ne? Hier ist nämlich die Chance. Äh... Ja, Moment. Ah, nicht auf den da. Nicht auf den! Wir brauchen ein schnelles Auto. Nicht auf den da. Ich will den nicht am Schießen. Wir brauchen eine Straßensperre. Ja. Ja. Wieso? Stopp. Polizei. Aussteigen. So, ich hab einen Auto. Ja, das sieht gut aus. Weißt du wie man drüber kommt? Warte. Nimm du das da? Da ist es dich. Oh, dich hat das da. Raus da. Ja. So, wie soll ich jetzt am besten durch den Tunnel und dann rechts rüber, oder? Äh, ich hab's mal hier versucht, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Oh! Ich nehme Anlauf. Da wartet schon was auf mich. Ich warte schon, bis mein Stern weg ist. Ne, ich nicht. YOLO. Ah, das wird jetzt knapp. Schaff ich's drüber? Ich weiß es nicht. So. Stern weg. Ähm, nö. Nö. Ich hab's nur mit dem Motorrad probiert. Ich weiß nicht, ob's da auch geklappt hat. Oder ob's da überhaupt geklappt hat. Mit dem hier da drüber, das klappt ja nicht. Oh, fast. Au. War's so untereinander, was? Ja, ich hab's. Wiii. Hallo. Ja, fahr mir rein. Da fehlt's. Also, bei mir hat echt nicht viel gefehlt. Nee. Ja, dann fahr ich bei dir mit, oder? Mein Auto hängt fest. Nein! Okay. Jetzt. Warte. Dann fahr ich bei dir mit, oder? Ja, mit meinem normalen Wagen komm ich da sicher drüber. Ah, das reicht nicht. Mit nem schnellen. Wir könnten ein schnelles Auto abholen und es dann probieren. Ja, ich hab ein schnelles, aber in meiner Garage. Ich hab einen geilen Hybrid. Was macht das Polizei-Auto da? Nee, es geht sich nicht aus. Oh, oh. Nein. Schießt ihr auf mich? Hey. Du bist nur rausgekommen, du Penner. Gottl. Na. Oder glaubst du, die lassen mich rein durch den Zaun? Ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal ausprobiert hab. Irgendwo kann man durch den Zaun rein. Äh, durch den, durch, äh, durch den Eingang. Ah. Oder wir holen uns wieder was Flugbares. Ich weiß nicht. Kommt man da rein? Oder kommt man da nicht rein? Nee, ich bin dagegen zumindest gefangen. Was blöd. Die einzige Stelle, die ich mir noch vorstelle. Warte mal, ich probier mal was. Ja, probier. Ich hab vier Sterne? Wieso hab ich vier Sterne? Ja, weil du ins Gelände davon reingegangen hast. Alter, ich hab vier Sterne. Ich werd das nicht überleben. Ich hab's auch geschafft. Das fäll ich mich so an. Ah, ich hab glaub ich einen Punkt gefunden. Dann hol mich ab. Ah, nein, nein. Ich schenk dir vier Sterne. Oh Gott. Gib Gas. Du schaffst das. Nein. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Ich probier jetzt aus, ob's funktioniert. Ich bin dran. Nein. Ich bin dran. Ich bin dran. Oh Gott, ich häng fest. Jetzt kommt bestimmt gleich der Panzer. Wieso bist du drinnen? Oh oh. Da schießt ein Panzer auf mich. Oh oh. Da ist ein Panzer. Bist du rüber gesprungen oder einfach reingegangen? Rüber gesprungen. Oh oh. Wo? Oh. Ähm, an der Seite da, wo das Klärwerk ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh oh. Oh oh. Zu Fuß oder was? Nein, mit dem Auto. Oh oh. Ich lebe immer noch. Du bist da rübergekommen. Oh Gott. Da hat mich ein Jeep gerammt. Nein. Gib Gas, Junge. Oh oh. Oh oh. Ich lebe noch. Oh oh. Ich lebe noch. Ich auch noch. Was ist die Ding? Da. Oh shit. Oh shit. Mein Reifen ist kaputt. So, ich spring jetzt auch rüber. Oh Gott. Nein, ich bin dazwischen. Ja, dazwischen kann man irgendwann fahren. Da kommt ein Auto durch. Nein, ich bin dazwischen mit einem kaputten Auto. Da ist irgendwo ein Panzer. Nein. Nein, das ist ein Panzer. Nein. Ich bin tot. Aber jetzt klappt es. Ich habe ein Jet. Was? Hol mich ab. Geht das? Nein, das ist nur ein Einsitzer. Oh oh, aber mein... Oh oh, mein Triebberg ist kaputt. Da werde ich relativ... Kaputte Schaff. Zieh den Fallschaff. Oh, das sah cool aus. Immerhin sah es. Sicher? Immerhin sah es cool aus. Aber ich fand jetzt sterben. Egal. Es war es wert. Aber niemand hat es gesehen. Und ich weiß jetzt, wie ich reinkomme. Ich probiere es jetzt ohne dich schon mal. Ich bin auch gleich da. Aber ich hätte gern den Stern los, bevor ich dazu stoße. Das hat gut funktioniert. Ich habe nur die Explosion gesehen. Nein, das ist... Mein Auto ist direkt am Mond da drauf gekommen. Also sofort zerrissen die Karre. Läuft bei dir. Wann? Nee. Nicht? Okay. Alter, jetzt schießt mich auch noch irgend so ein Wichser um. Habe ich sein Auto kaputt gemacht? Oder war das ja einer von denen? Weiß es nicht. Oh, endlich. Ich kann mich in Position bringen. Boah, ich bin auf einem guten Weg zu Level 28. Alter, ich habe zwei Sterne. Einen versucht aber noch statt. Ich bin tot. Blöd. Alter, nur weil ihm dann ein Trottel kommt und meint, er muss mich jetzt umschießen, ne? Er hat doch schon gestorben. Ich weiß nicht, was mit denen immer los ist. Hot or not. 4 und 8. Ich kann das Spiel passen. Alter, der hat eine bessere Waffe als ich. Alter! Ich will mich das Spiel teilweise ankotzen. Zu zweit! Penner. Die gehören überfahren. Wendetter! 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 Wendetter!